Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Vier Verletzte nach Schießerei in Duisburg Am Hamborner Altmarkt in Duisburg versammeln sich Dutzende Menschen, zwei Gruppen streiten. Es gibt Schüsse und am Ende einige Verletzte. Bei einer Schießerei am Mittwochabend in Duisburg sind vier Personen verletzt worden. Auf dem Hamborner Altmarkt seien zwei Gruppierungen aufeinander getroffen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Es fielen zahlreiche Schüsse. Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten viele Beteiligte. Zwei Verletzte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht, zwei weitere flüchteten zunächst und begaben sich später selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei nahm 15 Menschen vorübergehend in Gewahrsam. Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können. Das Motiv für den Streit war zunächst unklar. Allerdings habe es in beiden Gruppen sowohl Mitglieder des Clan-Milieus als auch des Rockermilieus gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Dabei könne man nicht zwischen Opfer und Täter unterscheiden. Zunächst war von 80 bis 100 Personen die Rede gewesen, die auf dem Platz aufeinander getroffen seien. Die Polizei sprach nun von einer dreistelligen Zahl von Menschen, die sich dort versammelt hätten. Die Polizei ist derzeit noch mit der Tatortaufnahme beschäftigt. Es handele sich um ein großes Gebiet und es gebe viele Spuren, so der Polizeisprecher. Im Laufe des Tages sollen zudem die festgenommenen Personen befragt werden. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Deutsche Presseagentur, AFP Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.